Uuuu! Let's do it! 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 Hi, ich bin der Seratan Iginoglu. Ich bin 20 Jahre alt. Ich bin seit 2015 bei 60. Habe 14 Einsätze für die Regionalliga Bayern, 5 Einsätze für die Profis und spiele Innenverteidiger. Also mein Vorbild ist Christopher Schindler. Er ist mein Partner. Ich habe seit fünf Spielen mit ihm zusammenspielt. Er hilft mir. Egal wo, ob auf dem Platz oder neben dem Platz. Er ist immer für mich da, wenn ich Fragen habe. Und ja, auf ihn kann ich auf jeden Fall bauen. Ja, du sollst ein Hitzkopf sein, habe ich gehört. Was sagst du dazu oder was denkst du dazu? Das stimmt nicht. Es ist nicht so. Ja, ab und zu gibt es ein paar Tage, dass ich dann halt von 0 auf 100 mal explodieren kann. Aber ich versuche dann meistens halt die Ruhe zu behalten. Weltjahre meistens schwer. Also drei Eigenschaften, die ich über Sertan sagen kann. Er ist auf jeden Fall ehrgeizig, sehr ehrgeiziger Fußballer. Ja, ich würde sagen im Privatleben ein Romantiker. Und ja, du legst mir ziemlich viel Wert auf dein Aussehen, würde ich sagen. Das ist mir so aufgefallen. Dankeschön.